Hallo, guten Tag. Wir haben heute wieder eine Power BI Challenge. Diesmal geht es um eine Analyse für einen Schweizer Suppenmarkt. Wie üblich sind das natürlich keine echten Kundendaten, sondern das sind Daten abgeleitet aus echten Projekten. Ich gehe da wieder heran nach dem Motto meiner vorgeschlagenen Definition von Controlling. Controlling bedeutet, gute Fragen an das Unternehmen zu stellen und mit den Antworten produktiv umzugehen. Ich werde zunächst das Szenario beschreiben und die Aufgabenstellung, die sich hier stellt. Dann sichten wir gemeinsam die Daten, identifizieren mögliche Herausforderungen, die sich hier stellen, importieren die Daten, transformieren die Daten mithilfe des Power Query Editors, berechnen, spalten und measures, erforschen dann die Visuals und probieren ein paar Sachen aus und liefern am Ende einen Entwurf oder Entwürfe für das Berichtswesen. Das Szenario, die Ausgangssituation. Diese Aktiengesellschaft startete Anfang 2018 mit sieben Märkten für hochwertige Suppen. Februar 2019 kam ein Markt in Zürich dazu, im Dezember 2019 ein Markt in Lausanne. Mit der Eröffnung des Marktes in Zürich kam eine Modernisierung. Die Verkaufsdaten in Zürich und Lausanne beinhalten Bon-IDs der einzelnen Kundeneinkäufe, was die anderen Dateien nicht tun. Ebenso gab es ab Februar 2019 ein Warenwirtschaftssystem, in dem die Einkäufe lückenlos abgebildet werden und auch den Produkten zugeordnet werden. Bis dahin hatte man mit geschätzten Durchschnittswerten für Einkaufspreise der Produkte gerechnet. Hier zeigt sich natürlich schon der erste Entscheidungsbedarf. Werden wir die alten Daten so transformieren, dass wir sie dynamisch zusammenführen können mit den neuen Daten aus dem Warenwirtschaftssystem? Oder machen wir einfach einen Cut im Februar 2019 und machen getrennte Analysen für beides? Jeder der Märkte hat einen Manager und zwei bis drei Beschäftigte. Da es sich um ein relativ kleines Unternehmen handelt, braucht es keine Automatisierung. Es kann auch auf ein formales Data Warehouse verzichtet werden. Die Datenmangel ist ziemlich überschaubar, die erforderlichen Datenmodelle sind nicht komplex. Man kann das praktisch in Memory machen. So klein sind die Daten, so klein ist das Volumen. Datenhandling und Berichtswesen können von einer Person in Teilzeit erledigt werden, durch den Steuerberater oder durch einen externen Controller. Im Februar 2019 hat man auch begonnen, die Gemeinkosten der einzelnen Läden nach vier Kategorien auf Kostenstellen getrennt zu erfassen. Das ist vorher nicht passiert. Und das Management möchte nun ein sinnvolles Berichtswesen einführen, mit dessen Hilfe betriebswirtschaftliche Entscheidungen unterstützt werden können. Bisher gibt es keine konkreten Vorgaben für das Berichtswesen. Unsere Aufgabe ist es, Vorschläge zu unterbreiten und einen Entwurf vorzulegen, falls nötig in Abstimmung mit der Geschäftsleitung. Eine Fragestellung allerdings ist im Raum, die bezieht sich auf Preissenkungsaktionen. In einigen Shops wurden für kurze Perioden Preise gesenkt, ohne die Auswirkungen auf die Deckungsbeiträge zu bedenken. Wurden durch die Preisaktionen negative Deckungsbeiträge erzeugt? Wir wissen ja schon aus unserem etwas älteren Supermarktbeispiel, dass man durch Preissenkung zwar eventuell ganz toll viele Umsätze generieren kann, aber dann vielleicht negative Deckungsbeiträge einkauft. Und das soll auf jeden Fall genau untersucht werden. Dann schauen wir uns doch die Datenlage mal an. Wir haben hier die Datei mit den Sales von Anfang 2018 bis Ende 2019. Shop-ID steht jeweils nicht drin. Für jeden Shop habe ich hier ein eigenes Blatt. Okay, das sind so um die 180.000 bis 200.000 Zeilen je Shop. Okay, die Shop-IDs kriegt man da aber sehr leicht rein dann in Power BI. Könnte man auch hier gleich einfügen. Da kann man auch verschiedene Arten machen. Am besten ist natürlich, man bekommt das in den Rohdaten gleich mitgeliefert. Dann muss das eine Person einmal machen und gut ist. Hier haben wir jetzt die Sales in Lausanne. Die gehen ja erst los im Dezember 2019, weil der Shop da erst eröffnet wurde. Da haben wir allerdings auch Bon-IDs dabei, die wir dann analysieren werden. Hier haben wir Angaben über die Shops. Noch ein paar Daten zu den Städten zusätzlich. Wie viel Einwohner-Median-Einkommen haben wir hier? Ich meine, das war mal Median-Einkommen pro Monat. Mit dem Vermögen in der Schweiz, da halten die sich ja gerne bedeckt. Also da war gar nichts Sinnvolles zuzufinden. Aber immerhin ein Median-Monatseinkommen. Für die Stadt jeweils. Dann haben wir hier Kosten für die einzelnen Shops. In Lausanne natürlich erst ab Dezember 2019. Und erst insgesamt ab Februar 2019, weil da erst das Kostenrechnungs- und Warenwirtschaftssystem angeschafft wurde. Das heißt, da haben wir dann ab Februar 2019 für jeden Shop die Gemeinkosten in 1, 2, 3, 4 Kategorien. Hier haben wir den Einkauf, 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 das ist eine CSV, die Produkt-ID, dann das Rechnungsdatum, Rechnungsnummer, Einzelpreis netto, Menge, Positionspreis netto und überall wo es Skonti gab, sind die freundlicherweise gleich mit eingelesen worden. Das ist auch nicht immer selbstverständlich. Da muss man auch oft nachfragen erst, bis man das kriegt. Hier sehen wir natürlich schon jetzt ein Problem kommen, weil natürlich werden die Dosen nicht alle an dem Tag verkauft, wo sie eingekauft werden. Und die Einkaufspreise schwanken durchaus von Zeit zu Zeit. Das heißt, mit dem Deckungsbeitrag, wir wissen nicht genau, welche Dose, die jetzt für 5,42 Franken netto eingekauft wurde, für welchen, in welchem Monat und in welcher Woche die verkauft wurde. Das wissen wir nicht genau. Also können wir die Deckungsbeiträge nicht hundertprozentig exakt machen. Dann müsste man jede Dose einzeln tracken. Und bei Suppendosen wird man das wohl eher nicht machen. Da lebt man dann halt mit der leichten Ungenauigkeit. Die Margen sind hier jetzt auch nicht im unteren Cent-Bereich. Also das sind Margen, die können durchaus leichte statistische Schwankungen abfedern, was man ja nicht immer hat. Manchmal sind die Margen so gering, auch durchaus im Cent-Bruchteil-Bereich, dass man da dann sehr genau rechnen muss. Aber das müssen wir hier nicht. Und wir leben einfach damit, dass sich das statistisch über die Zeit ausgleichen wird. Zürich wurde eröffnet im Februar 2019 im Zuge der Modernisierung mit der neuen Kostenrechnung und der Warenwirtschaft. Hier haben wir dann auch BONG-IDs dabei, die wir dann analysieren werden. Aber insgesamt sehen wir, ist das Datenvolumen überschaubar. Das sind jetzt ein paar Millionen Zeilen. Das ist also bei weitem nicht Big Data und man kann das fast in Memory machen. Also das ist tatsächlich genauso wenig umfangreich, wie man sich das dachte. Und das Datenmodell, das wir da kommen sehen, ist jetzt auch nicht über die Maßen kompliziert. Hier haben wir noch die Produkte. Die einzelnen Produkte mit Produktkategorien werden eingeteilt in vier Produktkategorien. Und dazu gibt es noch ein paar Infos darüber, in welchem Zeitraum, in welchen Shops Preisaktionen gemacht wurden, die dann auch analysiert werden sollen. Vor dem Reinladen in Power BI gibt es ja oft die Frage, was mache ich in den Vorsystemen und welche Schritte mache ich in Power BI. Hier bei den Gemeinkosten würde ich jetzt zum Beispiel die für die verschiedenen Shops einfach hintereinander setzen. Ich habe ja maximal zwölf Einträge. Die Shop-IDs stehen schon in der Tabelle drin, also kann ich die einfach hintereinander ballern. Das ist auch optisch relativ leicht zu überblicken, zwölf Zeilen pro Shop. Das ist kein Problem, weil sonst müsste ich halt neun verschiedene Tabellen erstmal in Power BI reinladen, die dann Appenden und dann halt Disable Load machen. Und das sind dann ein paar Schritte mehr und das hier sind ein paar einfache Angriffe. Bei den Sales sieht das ein bisschen anders aus, da ist die Shop-ID nicht drin. Gut, die kriegt man relativ einfach rein. Und die alle hintereinander zu hängen, das ist auf jeden Fall mindestens viel gescrolle, weil ich habe ja so um die 200.000 und etwas mehr gelegentlich etwas weniger Zeilen in dem Sales Fact Table. Jemand, der jetzt sehr fit in Visual Basic in Excel ist, würde die über eine Formel hintereinander ballern. Aber so fit bin ich halt in Visual Basic nicht. Und deshalb sage ich jetzt ganz pragmatisch, hemmensärmelig, ich ballere jetzt bei den Gemeinkosten, die untereinander und die Sales nehme ich separat und appende die dann halt. Gesagt, getan, waren jetzt tatsächlich sogar nur 11 Einträge pro Shop, weil es ja erst im Februar losgeht. Und damit bin ich jetzt gut vorbereitet für den Load. Bei Zielsetzungen kann man ja von verschiedenen Ebenen ausgehen. Manche rechnen einfach das Vorjahr hoch bezüglich vermuteter Umsatzsteigerung oder herunter, bezüglich vermuteter Umsatzsenkungen. Man kann, was ich empfehle, eine differenzierte Planung machen, basierend auf konkreten Annahmen und Mengen. Dazu gibt es von mir auch einen Vortrag oder sogar zwei auf YouTube. Man kann Wunschziele festlegen, damit viel Glück. Also wenn man nicht auf konkreten Grundannahmen das alles basiert, die auch realistisch sind, dann viel Glück. Und dann ist die Frage, auf welcher Ebene plane ich. Plane ich auf der Ebene Produkt, Region, Niederlassung und so weiter. Hier wurde geplant auf Umsatz je Shop. Also auch nicht Deckungsbeitrag, nicht Gewinn je Shop, sondern Umsatz je Shop. Ich würde lieber ausgehen von Deckungsbeitragszielen, basierend auf konkreten Verkaufsmengen der Produkte und die dann auf die Shops in sinnvoller Art und Weise verteilen. Und das ist eine Anregung für die Zukunft in diesem Unternehmen. Dann sind wir jetzt bereit, mit unserem Import zu beginnen. Hier gibt es einfach eine Schaltfläche, Import from Excel. Das würde ich da auch machen. Und als erstes würde ich mir die Fact Sales 2018 bis 2019 holen, also die gesamten Verkäufe und die erst mal dann durch ein Append zusammenbringen. Für eine Excel-Datei ist das so mittelgroß. Das ist noch weit entfernt von Big Data. Und hier will ich natürlich alle Shops haben. Die werde ich dann untereinander bringen. Und ich gehe dann gleich auf Transform Data, dass ich gleich in den Power Query Editor komme und von da aus dann gleich die nächsten Loads machen kann. Jetzt habe ich hier meine Queries geladen für die einzelnen Shops. Interessanterweise, manchmal kriegt man beim Übertragen aus Excel einfach leere Columns, leere Spalten mit Nullwerten. Die könnte ich jetzt bei jedem Shop einzeln wegmachen oder ich mache das ganz am Ende. Was ich natürlich noch brauche, ist die Shop-ID für jeden einzelnen Shop in einer extra Spalte. Da gehe ich dann natürlich über Add Column, Custom Column und da bekommen jetzt alle von mir eine Shop-ID verpasst. Für Basel ist das 1001 und die Shop-ID ist natürlich jeweils eine Whole-Number. Die Sales Facts aus Zürich und Lausanne haben ja andere Formate. Deshalb appende ich jetzt erstmal alle diese hier. Das übliche Append Queries. Ich würde jetzt sagen Append Queries as New. Daraus eine neue machen und dann Disable Load machen für alle anderen. Sieben sind mehr als zwei, oder? Ich finde das immer so schwer mit den Zahlen. Das ist so schwierig als Controller, aber ich bin ziemlich sicher. Sieben ist mehr als zwei. Okay, ja. So, dann ballere ich die zusammen. Das hat ganz unfallfrei geklappt. Dann schmeiße ich noch die Columns raus. Ja, das sind jetzt so um die 1,4, 1,5, vielleicht 1,6 Millionen Zeilen. Okay, so eine kleine Windows-Kiste braucht dann schon einen Moment, um die alle zu laden. Das ist schon mal top. Dann brauche ich jetzt noch ein Disable Load für die ganzen Queries, die ich für die Abfragen nicht verwenden werde. Einfach bei Enable Load den Haken rausnehmen. Jetzt brauche ich ja noch Zürich und Lausanne. Die hole ich mir hier. Da gucke ich erst mal, was für Formate wandert nochmal. Lausanne ist eine CSV. Okay, und Zürich ist auch eine CSV. Da werde ich dann natürlich mit dem Excel Load nichts. Text CSV werde ich gleich an die richtige Stelle geführt. Vielen Dank. Hauen wir erst mal Zürich. Das größere zuerst. Und dann muss ich das natürlich in die gleiche Form bringen, wie auch die anderen Shops. Ich will aber andererseits natürlich die Bon-IDs behalten, damit ich darüber auch Auswertung machen kann. Das heißt, ich dupliziere mir das Zürich-Teil. Datum, Product-ID, Menge, Einzelpreis, Brutto, Positionspreis, Brutto. Die Mehrwertsteuer ist drin. Okay. Ja, das scheint tatsächlich nur die Bon-ID zu sein. Dann schmeißen wir die mal raus. Machen für Lausanne dasselbe. Die Datentypen wurden glücklicherweise erkannt. Lausanne dupliziere ich mir auch. So, jetzt sollte ich die beiden ganz unfallfrei appenden können. Jetzt muss ich natürlich noch die Verkäufe rausfiltern ab Februar 2019, weil ich ja erst ab da die Deckungsbeiträge so richtig bestimmen kann, weil ich erst ab da die Einkäufe habe. Das mit dem Promote-Headers macht Power BI ja inzwischen automatisch und auch das Erkennen des Datentyps funktioniert extrem gut. Jetzt brauche ich natürlich noch meine ganzen DIM-Table. Davon ist mindestens eine in der CSV. Shop-ID statt dann die Einwohnerzahl, um eventuell Beziehungen herstellen zu können zwischen verkauften Menschen und Einwohnerzahl. Wir haben ein ungefähres Medianeinkommen. Ich wollte auch noch was einfügen über Medianvermögen, aber da halten die Schweizer sich ja doch sehr bedeckt. Da war praktisch nichts drüber zu finden. Medianeinkommen, die Angaben variierten auch recht stark von Quelle zu Quelle, aber das scheinen einigermaßen anwendbare Werte zu sein. Eventuell für Geodaten habe ich noch Breitengrad und Längengrad mir geben lassen. Das habe ich mir tatsächlich geben lassen von ChatGPT und Stichproben gemacht. Die stimmten auch alle. Dann gibt es ja für jeden Shop ein Umsatzziel für das gesamte Jahr. Auch bei Lausanne wurde ein Gesamtjahr-Ziel aufgestellt. Das muss man dann natürlich auf Monate runterbrechen. Die Namen der Manager und die E-Mails der Manager kann man gegebenenfalls dann für Row-Level-Security verwenden. Eins der Dinge, die das Arbeiten mit Daten generell so lustig und amüsant machen, ist ja, dass immer wieder völlig absurde Dinge passieren. Man macht 51 Mal den exakt selben Prozess, kriegt exakt dasselbe Ergebnis. Beim 52. Mal den exakt selben Prozess machen, kriegt man ein völlig sinnfreies, total schwachsinniges Ergebnis, von dem auch die IT-Supercracks nicht erklären können, wie das zustande kommt. Und heute hatte ich einige Unfälle mit Tagesdaten aus CSV-Dateien. Die werden einfach heute und komischerweise nur heute nicht gescheit eingelesen. Das macht die ganze Sache immer so wahnsinnig toll. Also habe ich ganz hemmsärmelig hier eine Datei in einfach als Excel umgespeichert und bam, schon funktioniert das alles. Produkt-ID, Rechnungsdatum wird als Datum erkannt. Rechnungsnummer, Dezimalmenge. Die Menge ja ganz zahlig, bei Suppendosen macht eine halbe oder eine Viertel nicht so viel Sinn. Bei Litern oder Kilo wäre das anders. Und bei Loserware, Positionspreis, haben wir hier das Konto. Wunderbar. Damit rechnen wir dann später. Was brauchen wir jetzt noch? Jetzt brauchen wir noch die Gemeinkosten auf jeden Fall. Und da habe ich das ja so gemacht bei den Gemeinkosten, dass ich gesagt habe, okay, das sind elf Positionen für das Jahr pro Shop. Und dann habe ich einfach in der Tabelle All die alle hintereinander gefügt. Mit der jeweiligen Shop-ID dazu. Also übernehme ich das einfach so. Dann muss ich später, wie gesagt, nicht neun Tabellen hintereinander appenden und die dann, bei denen dann Disable Load einstellen. Das heißt, für meine Import-Tabellen bin ich jetzt fertig. Mache ich Close and Apply und gucke mal, ob auch wirklich nur die übertragen werden, die ich brauche oder ob ich vielleicht bei irgendeiner Disable Load vergessen habe. Das wird dann gleich angezeigt. Was ich dann gerne noch mache, das mache ich dann aber nicht in Power Query, sondern das mache ich hier über DAX, ist einen bestimmten Kalender. Also es gibt sehr, sehr durchdachte, großartig durchdachte Kalender. Ich habe neulich einen gesehen, der hatte irgendwie, das war so ein 800-Zeilen-Kalender von so einem Super-Crack-Power BI. Das braucht man in den meisten Fällen in dem Umfang nicht, wobei das natürlich sinnvoll ist, wenn das Unternehmen einen spezifischen Kalender hat, wo einmal die bundeslandtypischen Feiertage drin sind, wo eventuell Werksferien drin sind oder irgendwelche besonderen Kennzeichen für Tage. Das ist natürlich eine tolle Sache, aber für so eine generelle Analyse braucht man das. Ich benutze da eine DAX-Formel, die stammt von Nikolaj Schuler. Das ist einer der Dozenten für Power BI. Ein sehr, sehr guter Dozent für Business Analysis generell und eben auch spezifisch für Power BI. Diesen Code werde ich mir hier gleich reinkopieren, wenn Power BI an dieser Stelle mit Nachdenken fertig ist. Und welchen brauchen wir noch? Wir brauchen noch die Produkte. Eine weitere DIM-Tabelle. Die Produkte. Die Preisaktionen brauchen wir nicht unbedingt, aber wir brauchen die Produkte und die Produktkategorien und die werden wir dann auch gleich mergen. Und dann natürlich Remove One Top Row. Das killen soll jetzt Remove Two Top Rows. Da wurde schon ein Header promotet, der gar nicht passt. Wie das manchmal beim Excel-Import passiert. Eine Spalte mitgekommen, die wir nicht brauchen. Auch wieder schauen. Dann die Produkte selbst. Da wurde auch ein Header promotet, der nicht passt. Auch hier. Remove Two Top Rows. Thank you. First Row as Headers. Produkt ID wird als Ganzzahl erkannt. Produktkategorie ID wird als Ganzzahl erkannt. Produktname als Text. Richtpreis Netto. Einkaufspreis circa. Richtpreis Brutto. Wunderbar. Dann können wir jetzt mergen. Weil bei so kurzen kleinen Tabellen würde ich jetzt im Datenmodell keine Verbindung machen. Dann habe ich die Produktkategorien gleich mit in der Produkte-Tabelle. Die hole ich mir einfach in die Produkt-Tabelle dazu. Das funktioniert wunderbar. Ja. Expanden wir das Ganze. Wir brauchen nur die Produktkategorie ID. Den Namen könnte man spaßeshalber noch dazu nehmen. Prefix brauchen wir nicht. Das ist alles noch übersichtlich genug. Ja. Man könnte den Produktkategorien Namen mit dazu nehmen. Und als letzte Tabelle für die Ausgangspunkte hier im Menüpunkt Modeling. New Table. Und da kopiere ich den Boot ein, wie vorhin angekündigt. Und als letzte Tabelle haben wir dann unseren Date-Table, wie er von der DAX-Formel erzeugt wird. Mit der Datumshierarchie drin. Und damit können wir dann daran gehen, das Datenmodell zu erstellen. Im Datenmodell haben wir jetzt mehrere Fact-Tables. Den Sales-Table ab 2018, mit dem wir aber nur Umsätze und Mengen berichten werden. Und dann die Sales ab Februar 2019, wo wir auch Deckungsbeiträge analysieren werden. Außerdem haben wir hier Zürich und Lausanne mit den BONG-IDs, wo wir BONG-Analysen machen werden. Natürlich brauchen die Fact-Tables Verbindungen zu den DIM-Tables natürlich bei den Produkten. Die Produkt-ID muss natürlich verbunden sein. Die Shops müssen natürlich mit der Shop-ID verbunden sein. Einige Beziehungen wurden jetzt schon automatisch angelegt. Die Beziehungen zur Produkt-ID wurden nicht in allen Fällen automatisch gefunden, weil die hier teilweise dann auch Prod-ID heißt. Shop-ID wurde offensichtlich in allen Fällen automatisch gefunden. Und natürlich brauchen alle Tabellen mit einem Datum eine Beziehung zum Date-Table. Und hier sogar hier im Month mit den Gemeinkosten, die auf Monatsebene dargestellt sind. Also da haben wir ja nur eine Tabelle auf Monatsebene. Das wurde auch automatisch erkannt als Verbindung zum Datum. Von hier aus sind wir also am Start, um unsere Berechnung durchzuführen und dann unsere Auswertung zu erstellen. Eine meiner zentralen Anlaufstellen, einer der zentralen Anlaufpunkte ist ja der Deckungsbeitrag. Das heißt, ich möchte hier beim Einkauf erstmal die effektiven Einkaufspreise haben. Also Positionspreiseffektiv. Der Einzelpreiseffektiv, den könnte ich jetzt auch berechnen, aber ich brauche dann ja später einen Monatsdurchschnitt je Produkt. Und es wird ungefähr zweimal pro Monat eingekauft. In jedem Fall mache ich mir eine Add Column, eine Custom Column, wo ich dann den Einkaufspreis effektiv ausrechnen lasse. Beziehungsweise EK Positionspreis. Ich mache Blank Spaces nicht so gerne bei diesen ganzen Sachen. Ich mache immer noch sehr viel mit Camel Case und Unterstrichen. Aber da haben wir jedenfalls den Positionspreis. Interessanterweise wird da der Datentyp nicht erkannt. Weil ja der Positionspreis netto, eine Dezimalzahl ist ins Konto auch. Hm, okay. Und, guck mal, haben wir gar keinen Einzelpreis netto. Wir haben Einzelpreis brutto und einen Positionspreis brutto und dann Positionspreis netto. Wir brauchen natürlich auch noch einen Positions-Einzelpreis netto. Einzelverkaufspreis netto, haben wir den Einzelpreis brutto und in der Schweiz haben wir für Lebensmittel 2,5% Umsatzsteuer. Zur Vorgehensweise vorab. Ich persönlich habe eine starke Präferenz dafür, viele nachvollziehbare Einzelschritte zu machen. Damit Leute, die sich das in 6 Monaten oder in 2,5 Jahren angucken, nachvollziehen können, welche Rechenschritte sind da erfolgt und wie kommt überhaupt jemand auf diese Zahl. Anstatt, dass ich komplexe Sachen verdichte. Natürlich kann ich auch eine Berechnung machen mit 20 Zeilen DAX. Nur, welche Garantie habe ich, dass die nächste Controller-Generation 20 Zeilen DAX lesen kann, lesen will? Und das ist eben der Hauptgrund, warum ich es vorziehe, nachvollziehbare Einzelschritte zu machen und auch Einzelschritte zu überprüfen. Ich habe jetzt meinen Einzelpreis effektiv so gestaltet, dass der von Monat zu Monat neu berechnet wird, aber mehr nicht. Ich hatte ja vorhin schon angerissen, dass wir hier eine gewisse Ungenauigkeit einkaufen mit dem Deckungsbeitrag. Aber ich denke, das ist eine vertretbare Ungenauigkeit, dass ich halt nicht tagesgenau oder wochengenau den Einkaufspreis habe. In diesem Fall überwiegend 2 Wochen genau, aber hinreichend genau. Also habe ich hier einfach eine Formel geschrieben, eine Measure gemacht, Einkaufseinzelpreis effektiv. Hier mit dieser Formel und dann gecheckt, ob das auch wirklich passt. Jetzt nehmen wir mal ein paar Beispiele und machen Stichproben. Hier zum Beispiel 500.004 im März. 136.329 geteilt durch die entsprechende Menge von 50.004 im März. Und da bekommen wir auch tatsächlich 8.42.000 raus. Und ich habe dann Stichproben noch über ein paar mehr Werte gemacht und das hat immer gepasst. Ein wesentlicher Fokus unserer Berichte ist der Deckungsbeitrag. Deshalb brauchen wir natürlich jetzt Deckungsbeitragsdaten in diesen Tabellen. Und der übliche Monatsrhythmus ist mehr oder weniger weltweit der Monat. Einige britische Unternehmen und schottische Berichten in 13 Perioden je exakt 4 Wochen und die letzten paar Tage schlagen sie dann glaube ich der letzten Periode zu. Aber abgesehen davon, dass das im Unternehmen in den deutschen Filialen alle komplett wahnsinnig macht, ist das vielleicht eine mehr oder weniger zweckmäßige Vorgehensweise. Natürlich gleicht man dadurch aus, dass der August länger ist als der Februar, aber so wahnsinnig hoch aufgehängt würde ich das nicht sehen. Wir berichten in Monatsform. Und um jetzt den Deckungsbeitrag hier reinzubringen, muss ich natürlich von den ganzen Verkaufspositionen erstmal den Netto-Verkaufspreis ausrechnen. Guck, das habe ich im Power Query Editor gemacht. Wir haben 2,5% Umsatzsteuer in der Schweiz auf Lebensmittel. Und die habe ich dann rausgerechnet. Einfach den Einzelpreis brutto geteilt durch 1,025. Und jetzt müssen wir den Deckungsbeitrag hier reinbringen. Und das habe ich auf eine relativ hemmsärmelige Methode gemacht, die aber ihren Zweck erfüllt. Weil wir haben ja das Problem, dass wir in unserer Einkaufstabelle immer, was haben wir, pro Produkt haben wir 2 oder 4 Einkäufe, 2 bis 4 Einkäufe pro Monat. Und man kann das jetzt auf verschiedene Arten und Weisen zusammenbringen. Man kann da also sehr kunstvolle Formeln schreiben. Oder man macht es einfach mittelmäßig brutal und sagt, gib mir einfach eine Year-Month-Spalte. Damit verdichte ich das auf einen Monat. Und in meinem Date-Table habe ich ja auch eine Year-Month-Spalte einfach über das Format. Und die verbinde ich einfach ganz hemmsärmelig in meinem Date-Modell miteinander. Dann habe ich das Problem nicht. Das ist ein bisschen brutal gelöst. Aber ich habe auch hier mehrere Stichproben gemacht. Das Ganze funktioniert. Und dann habe ich das hier in meinem Fact-Sales-Table, habe ich den Deckungsbeitrag erstmal pro Stück berechnet. Wie gesagt, gerne mehrere Einzelschritte. Wo ich das, wie gesagt, nicht machen würde, ist, wenn das Datenmodell jetzt so groß wird und die Datenmengen so groß werden, dass es das Ganze komplett ausbremst. Dann sollte man das nicht machen. Aber bei einem einfachen kleinen Datenmodell geht das völlig in Ordnung. Und dann, um gescheite Berichte zu kriegen, brauche ich natürlich noch den Deckungsbeitrag je Position. Und da multipliziere ich einfach den db1 je Stück mit der Menge. Jetzt kann man schon beginnen, Berichte zu bauen. Wir haben die Daten importiert. Wir haben die wichtigsten Mergers berechnet. Wir haben die Tabellen gestaltet. Wir haben die Beziehungen geschaffen. Und jetzt kann es losgehen, die ersten Berichte zu bauen. Mittendrin stellt man ja oft fest, wir brauchen doch noch diese Beziehungen oder jene. Beziehungen oder jenes Measure oder dort eine Berechnung. Aber im großen Ganzen sind wir jetzt fertig und am Start. Ich folge ja im Wesentlichen, was Berichte angeht, den Vorgaben meines großen Idols Carl Glickman. Der war tatsächlich der Controller der Band KISS mehrere Jahre und hat gesagt, Finanzberichte sollten auf Fischeinwickelpapier gedruckt werden. Und ich finde, dass das im großen Ganzen auch stimmt. Es geht darum, Businessfragen zu beantworten. Es geht nicht darum, einen Schönheitswettbewerb zu gewinnen. Auf der anderen Seite, wenn natürlich jetzt jemand sehr regelmäßig mit den Berichten arbeitet, dann sollten die doch zumindest... Also lesbar müssen sie natürlich sein. Lesbarkeit steht ganz vorne. Verständlichkeit steht vorne. Aber müssen sie unbedingt hübsch sein? Ich denke, wenn man sehr viel damit arbeitet, dann ja. Wenn das Berichte sind, die man sich einmal im Monat anguckt, dann nicht... Dann finde ich, das steht nicht im Vordergrund. Bei zum Beispiel Vertriebswochenberichten, die müssen... Also zumindest sollten sie nicht hässlich sein. Also ich bin ja halt asozial. Und meine damalige Freundin musste mit dem Crickethammer sehr weit ausholen und mir schwere Gewalt androhen und sehr laut schreien, damit ich überhaupt Geschenke in Geschenkpapier einwickele. Und dann habe ich es halt gemacht. Ich wollte den Crickethammer nicht auf die rüber haben, aber bin halt asozial. Und für die Lesbarkeit und gerade für Lesegewohnheiten habe ich bestimmte Präferenzen, was Farben angeht. Also Umsatz mache ich gerne in einem satten grünen. Deckungsbeitrag mache ich gerne in einem mittelblau. Direkte Kosten in einem helleren rot. Gemeinkosten in einem dunkleren rot. Genau diese Hexacodes machen natürlich wenig Sinn. In Databars, in Tabellen, die wir nachher noch sehen werden, die müssen dann natürlich heller sein. Aber das ist erstmal die Farbpalette, die ich vorschlage. Und wenn das Unternehmen damit einverstanden ist, beziehungsweise nichts anderes vorgibt, dann arbeite ich auch so damit. Dann fangen wir doch mal an mit zwei einfachen Berichten. Mit einem Umsatzgraph und einer Tremap für die Deckungsbeiträge der Produkte und Produktkategorien. Umsatz kann man natürlich auch mit einem Area Chart machen. Hat auch viel für sich. Wir gucken mal, wie beides aussieht. Fangen wir mal an hier mit dem Datum. Wir möchten bitte Jahr und Monat. Und für den Umsatz nehmen wir, dann nehmen wir die Gesamtzeit, also 2018 und 2019. Denn den Umsatz haben wir ja für alles. Dann schmeißen wir beim Datum Quartal und Tag raus und bekommen einen ganz brauchbaren Chart. Kann man dann noch gestalten. Ja, gib mir bitte das vor mit Pane auch. So, und dann da, wie angekündigt, die andere Farbe. Ich gucke mal nach. 00B050 ist unsere Farbcodierung. Wenn wir auf die Lines, haben wir vielleicht gerne eine stärkere und passen die Farbe entsprechend an. Das ist eine Sache, die mich dezent nervt, dass die Farbeinstellung sich das Programm nicht immer so toll merkt. Und schon haben wir einen Umsatz Graph. Ich würde ja sagen, hübsch machen wir später. Jetzt sauen wir uns das erstmal zurecht und machen uns noch eine Tree Map mit den Deckungsbeiträgen. Da brauchen wir natürlich Bild Visual und die Daten bitte. Bei den Produkten möchten wir die Produktkategorie Bezeichnung. In den Details möchte ich die Produktnamen und als Values hätte ich bitte gerne den Deckungsbeitrag je Position in Summe. Das ist doch schon mal ziemlich aussagefähig. Ich würde jetzt die Schriftarten von den Produktkategorien, also nicht den Namen, sondern den Kategorien, würde ich die Schriftarten noch ein Stück vergrößern und die fett machen, damit es klarer ist, dass das Oberkategorien sind. Und da kann man schon sehen, die Gourmetsuppen bringen reichlich Deckungsbeitrag. Die Gemüsesuppen sind da relativ weit unten, was den Deckungsbeitrag angeht. So im ersten Entwurf saue ich einfach ziemlich rum, was die Formate angeht. Und hübsch und bunt gemacht wird dann später. Was jetzt die Farben bei einer Tremap angeht, da habe ich persönlich gar keine Präferenzen. Manchmal hat das Unternehmen Präferenzen und möchte bestimmte Protokuppen in bestimmten Farben haben. Ich denke so 8 bis 10 Oberkategorien, dann wird die Tremap schon mächtig bevölkert. Und darüber sollte man sich vielleicht was anderes überlegen. Also 12 Kategorien kann man noch einigermaßen abbilden, denke ich, mit einer Tremap. Aber darüber sieht man dann im Wesentlichen nur noch Gewimmel. Dann machen wir uns im ersten Angang auf jeden Fall noch eine Tabelle mit Mengen, Margen, Umsätzen, Deckungsbeiträgen. Ob man jetzt die Produkt-ID mit reinnimmt, das ist Geschmackssache. Ich nehme jetzt erstmal nur die Produktnamen rein. Und da mit Deckungsbeitrag sind wir erst wieder ab 2000, Februar 2009 unterwegs. Nehmen wir uns den Positionspreis netto. Da haben wir schon mal was aussagefähiges. Dann nehmen wir den Deckungsbeitrag 1 nach Position und schließlich noch die Menge für die gesamte Zeit. Und wo man dann relativ schnell ganz gut was sehen kann, ist wenn man Data Bars in so eine Tabelle einführt, einfügt, wo man dann die Größenordnung relativ schnell an den Balken ablesen kann. Ich nehme jetzt hier Sum of Positionspreis netto, was also unser netto Umsatz ist. Schalte Data Bars ein. Und das Blau, ich will ja nicht Blau, ich will ja Grün für Umsatz. Und das ist auch ein bisschen dunkel. Also gehe ich hier über Effects und sage, gib mir bitte, da habe ich wieder Grün nicht so wirklich dabei. Da suche ich mir, klicke ich mir ein schön blasses Grün zusammen. Ja, Schatzi, komm. Schön blasses Grün. So. Haben wir ein schön blasses Grün, was aber, ja, deutlich genug ist. Und dann nehmen wir den Sum of DB1, Data Bars, da nehmen wir dann ein schönes helles Blau für einen Deckungsbeitrag. Hier das hellste Blau. Das ist ganz in Ordnung. Für die Menge habe ich tatsächlich gar keine Präferenzen, habe mir auch gar nichts überlegt im Vorwege. Aber ich mag sehr gerne diese helle Goldfarbe von Power BI. Benutze ich also gerne für verschiedene Sachen. Negative haben wir ja gar nicht. Aber okay. So, daraus kann man jetzt schon einiges sehen. Und das sollte man dann natürlich noch später aussagefähig benennen, diese Tabelle. Aber da kann man jetzt schon mal ganz gut sehen. Wir haben hier Cashew-Vanilie-Suppe, bringt auf jeden Fall den höchsten Umsatz und bringt auch tatsächlich den höchsten Deckungsbeitrag. Okay, das korreliert ja nicht immer, wissen wir als Controller. Umsatz ist nicht Deckungsbeitrag, aber in dem Fall korreliert das tatsächlich. Dagegen Sellerie-Suppe. Achso, eine Marge wollen wir natürlich noch berechnen. Marge sollte ja definiert sein. Also man sollte klar wissen, was man darunter versteht. In diesem Fall stelle ich die Frage, wie viel Prozent vom Umsatz ist der Deckungsbeitrag? Und dann mache ich mir einfach New Measure ist gleich. Und jetzt teile ich den Deckungsbeitrag Positionen durch den Umsatz. Habe ich meine Formel geschrieben, habe ich die Marge hier in die Tabelle gezogen. Die formatiere ich natürlich noch als Prozentwert. Prozentwerte nehme ich üblicherweise mit zwei Nachkommastellen. Das ist so meine Präferenz. Macht Power BI hier jetzt auch automatisch. Und über die Margenspalte lege ich mir dann noch eine bedingte Formatierung mit einer typischen Ampelfarbskala. Gehe ich in die Cell Elements, Apply Settings to Marge, Background, Color on, Effects. Und da nehme ich auch tatsächlich einen Gradient. So, Lowest Value. So ein richtig hammermäßiges Rot. Nehme ich hier lieber ein helles Rot. So, Add a Middle Color. Ein ernstzunehmendes Gelb hätte ich dann gerne. Aber auch nicht zu... Zu dunkel. Und Highest Value dann natürlich ein schönes Grün, das satt genug ist, aber auch durchsichtig genug. Um den Zweck zu erfüllen. So, und aus dieser Tabelle kann ich jetzt schon einiges entnehmen. Na, hier kann ich schon richtig gut was sehen. Jetzt kann ich sehen, welches Produkt bringt den höchsten Umsatz. Na, ich kann sehen, dass hier auch welche dabei sind, die nicht so viel Umsatz bringen, aber immer noch ganz gut Deckungsbeitrag. Ich sehe, dass hier zwei dabei sind. Eins hat sogar einen leicht negativen Deckungsbeitrag. Das hat einen relativ niedrigen. Insgesamt sind das ziemlich gute Margen. Ja, da kann ich jetzt doch einiges daraus entnehmen. Na, jetzt sehe ich hier tatsächlich, ich habe hier doch tatsächlich einmal einen negativen Deckungsbeitrag. Dann würde ich doch tatsächlich auch da über das Negative nochmal nachdenken. Nachdenken und sagen Negative Bar. Da geht mir doch mal ein knalliges Rot für. Na gut, das Negative ist jetzt so winzig, dass man da nicht wirklich was sieht. Aber trotzdem habe ich jetzt hier eine relativ Aussage 4G-Tabelle, die mir sagt, okay, bei den Mengen sind viele ziemlich gleich auf. Aber was Umsatz- und Deckungsbeitrag und Marge angeht, haben wir doch ziemliche Unterschiede. Den habe ich jetzt doch ersetzt durch einen Area-Chart. Das finde ich ein bisschen hübscher. Im letzten Monat ist ein Shop dazugekommen. Also von daher das erklärt wohl den großen Sprung nach oben. Und dann habe ich noch eine Tabelle für die Shops gemacht. Der Deckungsbeitrag korreliert ja relativ stark mit dem Deckungsbeitrag, wie er auch hier bei den Produkten ist. Es ist ja nicht so, dass jeder Shop seine eigene individuelle Preispolitik macht. Trotzdem ist es ganz schön, wenn man sieht, welcher Shop wie viel zum Deckungsbeitrag beiträgt. Nicht, dass man jetzt das jetzt sagt, der Shop in ja gut, Lausanne war nur einen Monat offen. Aber dass man jetzt sagt, ja hier der Shop in Baden ist ja viel schlechter. Das könnte auch daran liegen, dass in Baden nicht so viele Leute wohnen wie in Zürich. Das könnte auch damit zu tun haben. Jetzt haben wir erstmal so ein paar Übersichten. Ich werde auf jeden Fall noch ein Drill-Through machen, was die Shops angeht und was die Produkte angeht. Und mal gucken, wie viel Deckungsbeitrag, wie viel Gemeinkosten Reporting man da reinpackt, wie viel man auf eine Seite kriegt und so weiter. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang, der zumindest nicht super hässlich ist, aber auch noch nicht wirklich gestaltet. Ist aber ein guter Ausgangspunkt. Ich habe an der zentralen Übersicht ein Stück weiter gemacht, habe denen schöne Überschriften verpasst in einer Farbgebung, die zum Logo des Unternehmens passt. Habe hier nochmal die Produkte nach Deckungsbeitrag geordnet. Ebenso die Shops. Ich hatte überlegt, ob man vielleicht noch ein Margen-Ranking hier macht, aber auf der Seite ist schon viel drauf und ich finde, dass es schon eine gute Geschichte erzählt. Also eine verständliche Geschichte. Die Cashew-Vanilie-Suppe ist hier am Umsatz am stärksten beteiligt, hat eine ziemlich solide Marge. Die Pangasius-Suppe hat die höchste Marge, wird aber nicht ganz so oft gekauft und kann deshalb auch nicht so doll zum Deckungsbeitrag beitragen, wie die anderen. Die zweitstärkste Marge hat interessanterweise die Sellerie-Suppe, aber wird halt nicht in den großen Mengen gekauft. Für die Produkte habe ich jetzt auch eine Drill-Through-Seite gebaut. Also ich kann hier Rechtsklick machen, in bewährter Manier dann Drill-Through und dann komme ich zu der Produktseite. Ich habe mir überlegt, was ist an den Produkten berichtenswert, was ist interessant. Ich habe hier, ich habe das, erst habe ich es versucht mit einem Multi-Rough, mit einer Multi-Rough-Card die ganzen Werte abzubilden, aber dann ist das manchmal so, dass irgendwie die Textlänge nicht so richtig passt und dann muss man immer fummeln, in der, in der richtigen, die richtige Zeilengröße zu kombinieren mit der richtigen Schriftgröße und das war dann zu nervig und es war deutlich weniger fummelig, hier Einzelkarten zu machen. Ich habe gedacht, so der Richtpreis, nachdem die meiste Zeit verkauft wird, wenn keine Preisaktionen laufen, der ist sinnvoll, dann der Durchschnitt vom Deckungsbeitrag pro Stück, dann der Median, der Anteil dieses Produktes am Gesamtumsatz und Anteil am Gesamtdeckungsbeitrag und dann nochmal über die Monate hinweg eine Entwicklung, wo man den Umsatz sehen kann, den Deckungsbeitrag und der durchschnittliche Deckungsbeitrag pro Stück, der schwankt doch ganz schön, also wir haben hier als niedrigsten Wert 5,96 Euro bei der Pfifferling-Suppe und wo ist der höchste Wert? Da haben wir hier 6,27 Euro. Das sind immerhin 31 Cent Unterschied. Das sind bei 6 Euro sind wir dabei 5 Prozent Abweichung. Das ist schon ist schon stolz. Und ich habe verschiedene Sachen überlegt und dachte, okay, das sind wohl die Sachen, die sich am meisten lohnen zu berichten, die interessant sind über das Produkt. Dann habe ich hier den Anteil am Gesamtumsatz und am Gesamt-DB errechnet. Ich habe mir also erst eine DB1 gesamt errechnet, hier mit dem All-Filter, damit auch auf dieser Seite mit allen Deckungsbeiträgen gerechnet wird. Ebenso für den Umsatz gesamt mit der All-Funktion und dann entsprechend geteilt. die Mergers habe ich dann in die Produkte Tabelle reingebaut, weil ich denke, dass die mit den Produkten am meisten zu tun haben und deshalb am besten in die Tabelle passen. Sollte mir noch mehr einfallen, dann werde ich hier noch mehr einbauen. Ich habe hier auch wieder das Grün für Umsatz und das Blau für Deckungsbeitrag genommen. Für Menge habe ich jetzt keine Extra-Card berichtet und als nächstes werde ich daran gehen, die Drill-Through-Seite für die Shops zu bauen. Natürlich habe ich hier im Format den Page-Type Drill-Through, das ist ja eine Drill-Through-Seite, sodass dann, wenn ich Rechtsklick mache auf die Produkte in der Gesamtübersicht, dass ich hierhin geführt werde. Ich habe jetzt die Gesamtübersicht nochmal unterteilt in eine Gesamtübersicht Produkte und eine Gesamtübersicht Shops, die schon jeweils eine ganz gute Geschichte erzählen. Also wenn ich sehe hier die Tabelle mit den Databars hinterlegt, die Cashew Vanillesuppe hat deutlich den höchsten Umsatz und den höchsten Deckungsbeitrag. Bei der Menge ist sie nicht ganz vorne und sie hat aber auch einen sehr hohen Anteil am Gesamtumsatz und die Marge ist zwar nicht die allerbeste von allen, aber sie ist ziemlich gut. Also über dem Durchschnitt beste Marge hat die Pangasius Suppe und zweitbeste hat die Sellerie Suppe, die aber dann wiederum bei Umsatz und Menge nicht so ganz weit vorne ist und auch nicht so den großen Anteil am Gesamtumsatz der Produkte habe ich einen Ribbon Chart genommen weil man da auch ganz gut sehen kann wenn jetzt der Umsatz eines Produktes über ein anderes drüber geht das kann man hier in einem Fall sehen das sieht man in einem Area Chart nicht so gut und das Deckungsbeitrags Volumen mit dem die Produkte beitragen zum Deckungsbeitrag Produkte kann ich dann einen Drill Through machen ich nehme zum Beispiel jetzt mal die Hummersuppe Drill Through und dann gibt es eine extra Produkt Drill Through Seite die als solche definiert ist habe ich den Richtpreis Netto den durchschnittlichen Deckungsbeitrag pro Stück den Mediandeckungsbeitrag pro Stück den Anteil des Produktes am Gesamtumsatz den Anteil am Gesamt Deckungsbeitrag das erzählt schon mal eine ganz gute Geschichte das sind schon mal ziemlich viele relevante Informationen über das Produkt mache ich mal ein Drill Through zum Beispiel zu der Cashew Vanillesuppe ich hatte überlegt ob ich den Richtpreis Netto auch noch mit in die Tabelle aufnehmen aber irgendwann ist auch mal gut und natürlich redet man mit den Berichtsempfängern und fragt die was möchtet ihr haben ich habe den Richtpreis Netto jetzt im Drill Through Anteil am Gesamtumsatz ist ziemlich hoch am Deckungsbeitrag Gesamtdeckungsbeitrag ist noch höher nehmen wir uns mal was vor was vom Deckungsbeitrag oder von der Marge her nicht so toll ist Ingwerknaller zum Beispiel ja da sieht man Deckungsbeitrag durchschnittlich 68 Rappen mit jahren 69 na gut das ist ist jetzt nicht so viel ist auch vom Preis her in der Mitte und dann gucken wir mal auf die Hühnerbeinsuppe der geht es ja nicht so gut wirtschaftlich schau mal da haben wir sogar einen durchschnittlichen Deckungsbeitrag von 0 und im Median ist der sogar negativ 5 Rappen im Minus und negativer Beitrag zum Deckungsbeitrag da sollte man dann also gucken kann ich den Einkaufspreis senken oder den Verkaufspreis erhöhen im Moment geht es der Hühnerbeinsuppe nicht so gut nehmen wir noch was in der Mitte Schweinebeinsuppe ist ja von der Marge her ganz gut die hat auch keinen super hohen Richtpreis aber hat einen ganz soliden Deckungsbeitrag dann schauen wir auf die Gesamtübersicht der Shops die Tabelle erzählt auch eine ziemlich klare Geschichte Zürich hat ganz klar den höchsten Umsatz ist glaube ich auch die einwohnerstärkste Stadt der Schweiz ich glaube das ist die einwohnerstärkste überhaupt da gehen also mehr Leute einkaufen als in Lausanne zum Beispiel haben wir auch einen soliden Deckungsbeitrag gute Mengen an hohen Anteil am Gesamtumsatz die Gemeinkosten sind gar nicht mal die höchsten in Zürich interessanterweise Shop Gewinn ist gut und die Shop Rendite ist auch gut die Shop Rendite habe ich ja mit einer mit einer bedingten Formatierung gemacht mit einer Farbskala und dann kann ich ein Drill Through machen zu den Shops da habe ich eine extra Seite gebaut und die ist jetzt noch so ein bisschen im Bau Zustand wir hatten uns ja erhofft Beziehungen herstellen zu können bei der Stadt zwischen Einwohnerzahl Medianeinkommen und eventuell abgesetzten Mengen aber da gibt es so richtig keine Korrelation habe ich festgestellt ich habe hier den Namen des Managers noch eingefügt die ungefähre Einwohnerzahl aber das ist alles sehr unschlüssig gucken wir mal Zürich hat hier 434 Menschen ungefähr die da wohnen Umsatz je Einwohner 77 Rappen Menge das heißt jeder Züricher kauft im Durchschnitt in dem Shop 0,08 Suppendosen dafür haben wir einen relativ hohen Umsatz je Position gucken wir mal auf einen anderen Shop gucken wir mal machen mal Drill Through auf Bern wo Mia Wiss managt da haben wir eine ganz andere Menge Umsatz je Einwohner monatlich ganz anders gut sind auch nur 134.000 Leute dafür ist die Zielerreichung punktgenau interessant und das ist so ein Punkt wo man sich jetzt überlegen kann lassen wir diese Geowirtschaftsdaten drin nützen die uns was hier sehen wir in Basel ist die Menge je Einwohner noch mal ganz anders und Umsatz je Einwohner ist auch noch mal ganz anders da würde man jetzt wieder mit den Berichtsempfängern sprechen und fragen wie wollt ihr das haben ich bin einigermaßen sicher die wollen den Shop Umsatz nicht mit Nachkommastellen da würde ich fast Wetten abschließen dass sie den ohne haben wollen aber ansonsten die ganzen Geowirtschaftsdaten und die Bezüge dazu da lässt sich nichts Relevantes daraus ableiten vielleicht hat das was mit der Lage der Shops zu tun wobei die Schweizer Städte sind ja jetzt auch nicht so riesengroß von daher ja mit den Berichtsempfängern sprechen vielleicht einen kurzen Text schreiben das hat sich als nicht sehr aussagefähig erwiesen die Beziehung zu Einwohnerzahlen Medianeinkommen Medianvermögen habe ich ja nichts gescheites zu gefunden da halten sich die Schweizer ja bedeckt aber Shop Rendite ist eine gute Info dass man die in groß hat und den Shop gewinnen auf jeden Fall und dann nochmal die Gemeinkosten des Shops runtergebrochen also Personalkosten sind bei allen Shops am höchsten Raumkosten sind relativ hoch wissen wir ja Schweiz hohe Mieten sonst die Kosten dagegen Niedrig und Abschreibung so viel Anlagevermögen ist da nicht da sind ein paar Regale und ein oder zwei Registrierkassen und vielleicht fährt noch irgendwo ein Gabelstapler aber mit den Abschreibungen ist das nicht so hoch jetzt kann man hier bei Basel sehen da ist ein relativ hoher Einbruch in dem einen Monat umsatz mäßig gucken wir nochmal auf ein paar andere Shops nehmen wir mal hier Luzern hat die niedrigste Shop Rendite gucken was der so hier gibt dann haben wir auch hier einen ganz starken Einbruch und dann einen nicht ganz so ja aber auch einen relativ starken Einbruch zur gleichen Zeit wie in dem davor interesting und auch die Zielerreichung ist fast punktgenau das heißt dass wohl die Planungs entweder die Planungsqualität war relativ hoch oder das ist Zufall Berlin Zona Moltobello Rogero Fiori ist der Manager da haben wir auch einen starken Einbruch aber dann haben wir hier im September 2018 nochmal einen starken Einbruch und hier nochmal einen wäre interessant was da los war müsste man gucken war da vielleicht gerade eine Krise im Land oder so ja und hier haben wir einen sehr hohen Umsatz die Einwohner was ich jetzt in Bellinzona gar nicht erwartet hätte das ist die Kantonshauptstadt von Ticino meine ich hätte ich trotzdem nicht erwartet und jeder kauft pro Monat eine Dose Suppe im Durchschnitt in Bellinzona Shoprendite ist ganz gut Shopgewinn ist auch ziemlich gut wenn man bedenkt wie wenig Einwohner da sind die Zielerreichung ist ein Stück weit über dem Ziel die Gemeinkosten Gewichtung ist bei allen Shops ungefähr gleich na und da müsste man dann halt mal aufräumen und gucken Lausanne macht jetzt nicht so viel Sinn zu gucken den gab es ja nur einen Monat Ende 2019 da ist natürlich der Gewinn niedriger Zielerreichung das ist jetzt keine dynamische Zielerreichung das ist jetzt runter gerechnet auf 11 Monate da müsste man dann eventuell noch was dynamisches einfügen und natürlich kann man auch keine Umsatz Entwicklung sehen wenn es den erst nur einen Monat gibt dafür kann man halt sehen dass hier Lausanne im Dezember 2019 wo der Laden eröffnet wurde wo der Shop in Lausanne eröffnet wurde die Umsätze mächtig nach oben hebelt ansonsten kann man hier nochmal in der Tree Map sehen den Deckungsbeitrag der einzelnen Shops also Zürich ganz vorne dann Bern Genf mit nicht zu weit voneinander entfernten Werten St. Gallen auch ziemlich gut Luzern ziemlich gut Basel solide ich hatte überlegt da auch was mit Maps zu machen also mit Landkarten aber die Schweizer wissen ganz gut wo ihre Städte liegen und darum habe ich überlegt das sah auch jetzt nicht besonders aufschlussreich aus also diese Tabelle gefällt mir sehr gut und die Gesamtübersicht über die Produkte erzählt auch schon eine ziemlich gute Geschichte Produktdetails kann man einiges draus ablesen und mit mit den Shop Details würde man wahrscheinlich beschließen die Geo Vergleichsdaten dann rauszunehmen nach ausführlicher Besprechung mit den Berichtsempfangenden haben wir dann erstmal eine Version der Berichte erstellt wie die gewünscht wurden also wo die gesagt haben ja das nehmen wir erstmal so hier habe ich noch eine Überschrift drüber gemacht über die Seite Gesamtübersicht Produkte habe eine kleine Gebrauchsanweisung eingefügt dass man hier Produkte highlighten kann gucken wir mal ob das stimmt wenn ich hier auf ein Produkt klicke dann wird das geheiltet in den ganzen in den ganzen Grafiken ich habe hier keine Interaktion ausgeschaltet bisher klickt man nochmal drauf dann sind alle wieder da hier nochmal eine Grafik mit Umsatz und Deckungsbeitrag nach Produkten und dann wie angekündigt kann man hier Drillthru zum Produkt machen zum Beispiel nehmen wir mal die Blutwurstsuppe daran haben wir nichts verändert bei der Gesamtübersicht Shops haben wir auch eine Überschrift drüber gemacht haben auch eine kleine Gebrauchsanweisung eingefügt klicke ich auf Basel wird hier überall Basel gehighlightet klicke ich auf St. Gallen wird St. Gallen gehighlightet und so weiter dann kann ich hier mit Rechtsklick gehen auf Drillthru Shop so da haben wir dann die ganzen Geowirtschaftsdaten rausgenommen haben Shop Gewinn Shop Rendite Shop Umsatz Umsatz hier Position Median und dann hier noch einen kurzen Kommentar warum die Geowirtschaftsdaten jetzt doch nicht mit drin sind und das war es jetzt erstmal für die Hauptberichte für die Bon Analysen werde ich dann noch ein zusätzliches Video machen weil das hier schon zu lang ist dann wie sonst auch Godspeed viel Erfolg für die